Hallo Gregor. Hi. Ist das nicht schön hier. Geile Sache mit dem Fahrrad Buckingham Palace. Hallo Guido. Wir haben es geschafft. Ist das nicht schön. 10 nach 10. 10 nach 10 vom Buckingham Palace. Film ist starting. Klaus, wie findest du das? Supergeil. Gigantisch. Gigantisch. Ich gewinne Leute. Wunderbar. Kein Kommentar. Gregor, fehlen die Worte. Das nächste Mal laufe ich hin. Ja, genau. Geil, geil. Mein Po tut weh. Trotzdem geil, geil, geil. Eigentlich haben wir ja beschlossen mit dem Fahrrad zurück zu fahren. Oder? Leider, leider, leider. Aber dann nur zwei Tage und eine Nacht. Das sagt man nicht. Quer durch die Adennen. Und Cut. Mit dem roten Knopf zurück. Wie war das Hotel heute noch? Wunderbar. Ich war sehr zufrieden mit dem Hotel. Wir hatten eine halbe Stunde kein Wasser. Wir mussten kalt duschen. Nachher hatten wir gar kein Wasser. Der Putz ging von der Decke runter langsam. Der Kaffee hat gut geschmeckt auf dem Zimmer. Klaus hat ihn serviert mit dem weißen Fisch gehört. An's Bett. War schon nicht schlecht. Frühstück war gut. Englisch Backfirst. So und jetzt go ahead. Und Cut. We must go. To my name. Merk doch keiner. Erzählen wir keinem. Ich mach die Videos, weißt du hier. Also wir sind angekommen hier. Und ich freu dich alle, dass du da bist. Alle freuen dich. Alle freuen dich. Ich krieg mal alle drauf. Ich bevorste immer drauf. Du hast du hier? Ja. Ich wusste nicht nur, wenn du das erwartet. Brust dich aber auch da.